So, wir sind wieder hier oben. Und diesmal versuchen wir uns nicht unbedingt vor dem Fenster erwischen zu lassen, nicht wahr? Klaro. So. Was ist der denn da hinten? Jetzt sollten wir warten bis er vorbeigegangen ist, sonst wird das wieder mal kritisch. Ihr wisst ja wie das ist, wenn es kritisch wird. Dafür ist die Jay immer zu haben. Genau, unten hier. So. Nummero Eins haben wir. Oder irgendeinen haben wir. So, weiter. Ostviertel. Hey, wir sind im Osten. Boah, geil, viele Dinger. Tja, jetzt haben wir über 30 Perlen. 34. Und mehr brauchen wir auch nicht. Yay. Okay. So. Ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle einfach mal. Und wir mampfen, mampfen ein. Hier von. So. Und ich glaube, jetzt kommt wieder so ein Scheiß mit Verfolgung und Sterbung und, na, ihr wisst schon was. Das heißt, ich sollte Starkus auswählen, wenn ich es finde. Ja, das weiß ich auch, dass ich so eine Vorwärtshäule mache. Aber warum zum Teufel hier dieses Rollen lang gehen muss? Keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so eine Vorwärtshäule. Und ich glaube, das ist so eine Vorwärtshäule. Für einen Film und so, aber irgendwie sehe ich hier nicht viel. Oh, ich bin so cool. Oh, jetzt fliegen die auch noch. Oh, scheiße. Mit allem Zeug. Ah, ich sterbe. Oh, mein Gott. Mami. Ich weiß nicht, wo ich hinsehe. Ich glaube, hier lang, oder? Hier wäre sowas wie ein Mirror's Edge. So ein, ne? So ein Ding. Alt drücken und dann gucken wir irgendwo hin. Aha. Double Witch. Quietsch. Lustig, dass er sich schneller bewegen kann als die Gravitation. Äh, man könnte mir doch einfach hinterher fliegen. Sie führen uns zu einer noch größeren Beute. Na sicher. Hoffentlich stirbst du. Ich will einfach fliegen. Lü, 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 lü. Ui. Oh, mein Gott. Hä? Wo kommt ihr denn hier? Was machst du eigentlich hier? Du kannst doch zu Mama go. Okay, was muss ich machen? Mond. Äh. Ich muss also jetzt zum Mond fliegen. Soll ich das wirklich schon machen? Weil hierher kommen wir nicht mehr. Gut, aber das letzte Tier ist ja auf dem Mond. Oh, mein Gott. Ich bin jetzt mindestens schon bei drei Stunden oder dreieinhalb. Das heißt, wir fahren zu Mama go. Hoffentlich. Wo ist denn mein Raumschiff? Ah, da drüben fliegt sie rum. Mama go. Hola, hola Mama go. Hm, tja. Jetzt ist es plötzlich viel kleiner, das Raumschiff. Ach, ich finde das lustig, wie sich die immer in der Größe verändern. Hinter. Was zu essen. Konto-Identifizierung. Okay. Mann. Ja. E, E, E. Wieso öfter soll ich denn noch E drücken? So, Sternantrieb. So gut wie neu. Und der Einbau ist inklusive, Jade. Lasst dir so eine Gelegenheit nicht entgehen. Wegen dir Arschloch werde ich sterben. Von wegen so gut wie neu. Okay. Wahrscheinlich so ausgebrannt, dass er ihn euch gegeben hat. Digitalisierung abgebrochen. Hat er gerade gesagt, Digitalisierung abgebrochen? Tja. Ich würde sagen, wir speichern ein letztes Mal auf diesem Planeten. Und dann... Tja. Dann machen wir uns auf... Zum Mond. Oh, 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 oh. Falsch. Würdest du mir bitte aus dem Weg gehen? Meine Fresse. Stell sich einfach dahin. Bäm, ich lasse dich nicht vorbereiten. Ja, Traum, wir kommen. Und ihr Mama-Guss betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Die hat er zwar. So, und ab jetzt gibt es wieder eine Filmsequenz. Oh, wirklich? Boah. Guck mal, wie klein Selene ist. Im Vergleich zum Mond. Genau. Und jetzt ist er kaputt und ich komme nicht mehr hier runter. Wunderschön. Und jetzt gibt es erstmal... Und jetzt gibt es erstmal Ärger, oder? Glaube ich. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Sender Eingang, haha. So, wie ich auch immer darauf hinweise, dass jetzt irgendwann bald was ganz Tolles kommen könnte. Ähm, hier auf dem Mond werden wir jemanden wiederfinden. Haha, Spoiler, Spoiler. Ähm, ja. Achtet auf die musikalische Unterlegung, wie immer. Ja, schick uns die Fotos, ich weiß. Ich kaufe jetzt aber erstmal ein. Ich bin eine Frau, ich gehe shoppen. Konto-Identifizierung, okay. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vor. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vor. Ein Sod-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. So, ich würde sagen, wir geben ihm ein Carbabs. Und dann geben wir ihm eins, zwei, drei, vier. Du hast jetzt nicht ernsthaft einen Starkus gefressen, oder? Ich habe dir eine Carbabs-Ding gegeben. Oh mein Gott, du dummes Kind. Ich glaube, was kann man hier machen? Aja, bringt mir nichts. Oh, er kommt mal wieder so ein superfuturistischer M-Disk-Leser. Dann speichern wir das erste Mal auf dem Mond. Wuhu. Ich weiß nicht, was kann ich hier mitmachen? Sehr schön. Hä? Oh. Gut, weißt du was? Genau, wir gehen jetzt hier hin, neben diesem Doppelschalter. Und beamen wir uns mal nach unten in die tolle Doms-Basis. Yeah! Doms-Architektur. Wir sind jetzt im Herzen Ihrer Basis-Wiste. Hm. Na, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier gibt es nichts. Aber hier gibt es was zu holen, oder? Ich weiß noch nicht, ist das richtig? Was ist denn das hier? Gut. Ah, das sind solche komischen... Hm, hm, hm. Hm. Ich brauche noch so ein Ding. Noch so ein Ding kriege ich hier. Na gut, dann war das schon richtig, wo ich hin wollte. Oder wo ich hingeguckt habe. Nur ich war wieder zu dumm. Dann drehen wir und drehen wir. Dreh, 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 dreh. Und dann müssen wir hier ran drehen. Ja, das ist so ein kleines, lustiges Rätsel. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Einfach nur Licht irgendwo hinschicken. Ich frage mich gerade, in irgendeinem anderen Spiel gab es sowas doch auch schon. Ich frage mich nur gerade, in welchem. Ist mir auch egal. So, dann müssen wir weiter hier hin. Klickri-Klick. Ne, ich brauche eine Aktion. Oh, da hinten brauche ich es noch nicht, glaube ich. Ich muss es erst mal hier. Baaah, burn, laser. Genau, ich möchte erst mal hier hin. Und diesen Kristall hier zerhauen. Yay, Kristall. Und jetzt hier. Bam, okay. Ja, ich würde gerne wieder aus der Kamera rausgehen. Dankeschön. So, dann drehen wir wieder in die andere Richtung. Dann haben wir es da rüber gedreht. Ach ja. Passt das schon? Hey, das passt sogar schon. Kloster. Gehen wir ins Kloster. Und da finden wir jetzt auch jemanden wieder. Schönerweise. Tja, und diesen jemanden kennen wir schon. Warte. Ich habe etwas falsch gemacht. Hier muss ein Lichtstrahl durch. Hm. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Egal, ich mache das einfach so. Bäm. Ich mag sich überkreuzende Lichtstrahlen. Die sind cool. Wie alles flimmert, ey. Es ist viel zu ruhig hier. Gehen wir beobachten uns. Ja, du. Ja, das Gefühl habe ich auch. Sie sind überall. Sie warten nur auf uns. Hey! Okay, wir sind von da oben gekommen. Wir gehen jetzt hier irgendwo in eine Doms-Struktur. Hey! Ich frage mich, warum Doms so fette Wege brauchen. Sind die so fett? Wahrscheinlich. So. Was ist dieses hier? Ein Hochsicherheitsgefängnis für Paige. Das ist nämlich ganz cool. Wir haben nämlich nur diese Säulen. Klar hört er dich. So. Wir müssen nämlich alle Wände nacheinander... Kannst du bitte mal... Dankeschön. Wir müssen nämlich nacheinander alle Wände hier, ähm... Ja. Abbauen. Das heißt, du solltest dich bewegen. Nein? Warum bleibt die einfach stehen, wenn ich da hinlaufe? Aktion. Hintergrund läuft wieder tolle Musik, aber ihr hört sie leider nicht. Nummer 1. Pfff. Pfff. Pfff.